Die Minenkolonie von Kourinis war ein riesiges Gefängnis, von einer magischen Barriere umgeben. Hier wurde seit Jahren nach magischem Erz für den König geschürft. Es hieß, die Barriere sei unzerstörbar. Wer einmal drin ist, kommt nie wieder raus. Irgendwie habe ich es trotzdem geschafft. In den alten Orten kam er tief unter der Kolonie, wie sie dicht inschläfert, eine Erzdemo. Seine entfesselten magischen Kräfte zerstörten leider nicht nur die Barriere. Der König verlor die Kontrolle über die Minenkolonie. Ohne das Erz schien auch der Krieg gegen die Orks verloren. Überall durchstreiften Orkhorden das Königreich. Schon bald umstellten die Orks auf die ehemalige Minenkolonie. Nun waren die Menschen wieder dort gefangen. Monate sind vergangen, seit ich die Barriere zerstörte. Verschüttet. Vergessen. Am Leben gehalten durch die Magie meiner Rüstung. Xardas schickte mich in den Tempel, um den Schläfer zu besiegen. Xardas war es auch, der mich von dort befreite und mir alles erzählt. Ich fühlte mich schwach und ich habe vieles vergessen. Doch ich bin am Leben und ich bin zurück.